Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Man hat dich hierher gebracht, damit du erzogen wirst und einen anständigen Beruf erlernst Halt einfach deinen Mund! Geh mir aus den Augen! Rüchte ein Gebet! Ja! Lass Oliver in Ruhe! Ihn in Ruhe lassen? Wieso alle lassen ihn in Ruhe? Seine Mutter, seinen Vater, seine Verwandten, alle haben ihn in Ruhe gelassen Also brauche jemanden, der das nicht tut Ich heiße Jack Dawkins, aber ich bin bekannt als der Meisterdieb Oliver Twist Warum nennt man dich Meisterdieb? Darum! Oliver Twist! Es ist mir eine große Ehre, eure Bekanntschaft zu machen Komm Oliver, setz dich zu uns! Arbeite für Fagin, dann wirst du ein reicher Mann und kannst dich bequem zurücklehnen Die Polizei ist auf der Suche nach Fagin und William Sykes, dem bekannten gefährlichen Ghanoven Weißt du, was das ist? Stell dir vor, du bist berühmt, Fagin! Irre! Ich danke für Ihre Liebenswürdigkeit, Sir Das werde ich nie vergessen Danke unpluggeräusche, warte, Produkstige, Neu preguntas ins